nie mehr blackout diesen kompakten mobilen exothermen leuchtkörper hat mir der florian von der firma casa flohner zur verfügung gestellt zum testen und mal durch zu erklären was dieser leuchtkörper für vorteile hat enthält seine energie in kompakter form aus bienenwachs das in mühevoller rüsselarbeit von millionen von kleinen arbeiterbienen zusammengesammelt wurde der leuchtkörper besticht durch seine ästhetische form angenehme rundungen und oben ein neckisches pinselchen die rücker ansicht wirkt in ihrer diffizilheit leicht overingeniert macht aber nichts hauptsache es macht warm und licht wir werden in dem video heute ein paar tests machen also machen ein paar mv test wir machen helligkeit test ein und ausschaltet ist alles übliche was wir auf dem kanal so machen fangen wir erst einmal an mit dem ein und ausschalten da müsst ihr euch ein bisschen umgewöhnen vielleicht seid ihr sachen gewöhnt die man mit einem ganz normalen schalter ein ausschaltet ist ein bisschen fantasie los und was wollt ihr machen wenn der blackout kommt und der schalter nicht funktioniert genau dann schaut der blade aus zum einschalten brauchen wir auch wenn die ganze sache exotherm abläuft also energie abgibt brauchen wir den startenergie und die startenergie könnt ihr über wärme auf verschiedene arten und weisen zuführen da wir hier insgesamt ein bisschen technisch orientiert sind denke ich mal führt kein weg hier an einem gescheiden lichtbogen vorbei der dürfte genug startenergie haben ich hoffe jedenfalls mal schauen wir mal auf unseren leuchtkörper eingeschaltet bekommen also merkt das kaltstart verhalten ist noch ein bisschen problematisch so nach kurzen anlaufproblemen habe ich eine externe zündquelle zur rate gezogen die war aber außerhalb vom fokus und ich möchte jetzt aus rein ästhetischen gründen das hier nicht ins video schneiden was wir sehen ist diese form der energie erzeugung und zwar wird eben der feste brennstoff hier durch die hitze der exothermenreaktion verflüssigt wird in diesem dort nach oben gesogen die verbindungen sind mehr oder weniger kohlenwasserstoffe die mit dem sauerstoff der luft dann zu co2 und wasser reagieren wir sehen normalerweise im bläulichen bereich der flamme das nennt man so die höchste temperatur wenn es hier im anderen bereich hier da ist mehr oder weniger noch halb oder unverbrannter kohlenstoff unterwegs sieht man ein bisschen weil es jetzt hier schwarz wird während oben über halb der flamme wir kohldioxid und wasser erhalten werden also im prinzip ist es auch gut für euren co2 fußabdruck hier sieht man wie der feste energiespender wachsenden dass der fachmann erwärmt wird und im dort nach oben steigt dann verdampft wird und eben letztendlich seine energie abgibt so hier nochmal die flamme in großaufnahme und wir sehen jetzt auch gleich wie die lichtfarbe sich verhält ich hole mal ein colorometer raus dafür so zum abschalten des leuchtkörpers gibt es mehrere möglichkeiten im prinzip funktioniert immer so dass wärme entzogen wird damit die reaktion eben nicht mehr weiter läuft das kann man damit machen dass man einfach sehr viel luft zuführt einfach den teil so richtig eine blasen ich versuche das jetzt mal hier völlig ungeprobt schauen mal was passiert ob ich es schaffen werde ok wolfgang robel würde sagen was kannst du eigentlich das war nicht unbedingt einfach aber ich denke die meisten kriegen sind es gibt ja auch in vielen kulturen den alten heidnischen brauch so viele von diesen leuchtkörpern auf einem kuchen zu platzieren wie sie sonnenumläufe auf dieser welt verbracht haben details sind mir auch nicht bekannt aber ich denke die kulturhistoriker unter euch können uns da weiterhelfen eine andere möglichkeit zum ausschalten ist mit einem stoff den eigentlich sonst hier auf dem kanal relativ selten sieht weil er mit der elektrotechnik so ein bisschen probleme hat das ist wasser wasser in der chemischen form h2o hat eine sehr große wärmekapazität beim verdampfen wird eine sehr große energie aufgenommen es ist unbrennbar also es hat eigentlich schon den energetisch niedersten zustand von wasserstoff und sauerstoff erreicht deswegen ist es selbst auch nicht entzündlich außer überschreitet temperaturen wurde neben der wasserstoff wieder abgespalten wird und sich dann wieder extern mit dem sauerstoff verbindet aber ich denke in diesen bereich werden wir jetzt hier nicht kommen machen wir mal einen versuch das war einfach das nennt man übrigens overkill der nachteil dieser methode ist wie jetzt gerade sieht wenn man wieder versucht nachträglich das gerät einzuschalten dann geht es manchmal schief weil eben noch sehr viel vom löschtmittel verblieben ist aber lassen natürlich nicht verunsichern sondern machen einen neuen versuch und dann möchte ich mal noch geschwind zu den anderen tests übergehend auf die ihr natürlich alle wartet ihr merkt natürlich dass der aufbau ein bisschen die füße ist wir haben jetzt hier unsere leuchtkörper hier den sensor übrigens wenn er danach suchen wollte wie man flimmern misst auf meiner homepage zero brain punkt info findet ihr wenn er nach flimmern und so weiter sucht findet ihr diese fotodiode die hat eine relativ hohe zeitliche auflösung das heißt dass er könnte es dann so ohne weiteres nachbauen wenn ein ost sie habt problematisch ist hier natürlich immer das umgebungslicht der hinten ihr seht die gelbe linie wenn ich die fotodiode abdecke seht ihr dass die nach unten geht jetzt geben wir hier noch ein bisschen mehr stoff und das problem was man da sehen ist man natürlich ein gewisses rauschen in der messung weil das geht auch nicht weg wenn ich komplett ab dunkle ist auf jeden fall dass das gerät in keinster weise flimmert und ich werde es noch mal beweisen dass wir jetzt auch wirklich hier das teil hier gemessen haben ihr kennt inzwischen den ausschaltvorgang also die höhe des ausschlages entspricht ja wie ich auch sonst immer erkläre der helligkeit so nach dem spektrum anreise sehen wir zwar mehrere dort förmige peaks das ist aber hier der radio bereich und alles mögliche andere zeug und auch hier einige geräte im hintergrund kann ich natürlich wieder beweisen wie immer dass ich jetzt hier gleich in die nullmessung übergehen merkt durch den kurvenverlauf ich schalte das leuchtmittel aus zu fix so und wir sehen keine größeren unterschiede und wenn doch maximal deswegen weil es mal die antenne verzogen hat und als kleines bonus feature zeige ich jetzt dass die flamme im inneren hohl ist seht ihr das das heißt die gase strömen um einen verbrennungsfreien bereich könnte man sagen ich möchte mich bei florian bedanken der dieses video mit seinem shop unterstützt hat und diesen spaß auch mitgemacht hat link auf den shop findet ihr unten in der video beschreibung mit rabattcode der steht auch unten in der video beschreibung schaut mal rein ihr wisst ja kaufen macht glücklich und ihr wollt ja vielleicht für den nächsten blackout gewappnet sein es gibt übrigens auch andere tiere und andere arten von fest körper körper durch fest z5 von feststoff körper leuchten so jetzt habe ich doch einmal raus gekriegt und wenn mal wieder jemand sagt es gibt keine glühbirne dann sage ich mal naja gut es gibt auch glühkatzen also warum soll es denn bitte auch keine glühbirnen geben ich muss jetzt aber auch gestehen so ein bisschen als resümee des tests das während der benutzung natürlich die optik etwas nachlässt und dann schon auch etwas seltsame züge erreicht wenn jetzt hier so die two face katze hier die hat ein bisschen an ihrer ästhetik verloren das muss man ganz offen sagen aber dafür muss man sagen es riecht ja jetzt nach bienenwachs es ist eine nach rauch und nach kerzen und es kommt auch schon so richtig österliche weihnachtliche nikolaus die osterhase ich habe jetzt glaube ich was durcheinander gebracht also es kommt jetzt schon mal so richtig stimmung auf vielleicht das richtige geschenk für jemand für den er mal so richtig feuer und flamme zeigen wollte und bevor sich jemand wieder beschwert dass die beißzange im video gefehlt hat ja es muss sein das passt irgendwie zu ostern und jetzt freuen wir uns auf 30 minuten wachs beim trocknen zu schauen und nächste woche rezitiert wolfgang aus den besten esky codes seiner lochstreifen ich denke mal wir hatten jetzt alle spaß und ich verabschiede mich bis zum nächsten video servus